so meine lieben freunde heute gibt es ich sag mal ein kleines special und zwar seht ihr gleich im anschluss ein kleines mw2 battle wo ich aufgenommen habe auf der map der rail habe ich ein bisschen wissen bleibt und hat man glaubt 12 2 ausgehauen was er von mir erstaunt ich hab's nicht kommentiert dann also entweder spiel ich oder ich kommentiert aber beides gleichzeitig wird bei mw2 weil es sehr schwer deshalb habe ich einfach aufgenommen ich muss mal gucken ob ich da meinen Sound irgendwie rundherum manchmal regt mich glaubt ich weiß nicht also nicht wundern wenn ihr dann im Hintergrund in diesem Mal zu ruten Husten hört das ist völlig normal sag ich mal und das war's das ist nicht so ein kleines special wenn ich das gefällt dann können wir ja einen Kommentar da lassen daumen nach oben abonnieren kommentieren was gibt's noch alles weiß ich nicht mehr dann würde ich sagen sehen wir uns das nächste Mal wieder und wünsche ich euch viel Spaß beim Video bis dahin und spüren und spüren verbündete Predator Drohne im Anflug Was ist das? Das war's für heute. Achtung! Feindliche Vorräte! Achtung! Feindliche Vorräte! Der Feind blockiert unser Radar! Aufklärungsdrohne online! Achtung! 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 Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Achtung! 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 Granatu! Verbündete Predator-Drohne im Anflug. Sie ist enttäuschend! Granata! Vorrede sind unterwegs. Ich bin in Form und verletzt! Sie sind in Storz! Sie sind in Storz! Sie sind in Storz! Sie sind in Storz! Konter-Drohne im Bereitschaft. Wiederhole, Konter-Drohne Predator-Azure zu Einsatz bereit! Verbündete Predator-Drohne im Anflug! Bereit zu stören der feindlichen Aufklärungsdrohne! Konter-Drohne in der Luft! Sie sind blind! Beweilung! Sie sind in Storz! Was ist das? Achtung! Feindliche Vorräte! Feindliche Cobra im Anflug! Feindliche Vorräte! Was ist das? Was ist das? Wir sind besiegt, Kameraden.